Herzlich Willkommen bei der Familie Schüppach. Wir sind neben dem Rival. Wir betreiben Milchwirtschaft, Ackerbau, einen Hofladen und ein Blumenfeld. Mein Vater hatte schon Milchkühe. Wir haben 75 Milchkühe. Wir haben Redholstein und Holsteinkühe. Die Kuh ist ein ruhiges Tier. Da kann man nach einem anstrengenden Arbeitstag zur Arbeit ins Stall kommen. Da kann man langsam runterfahren und so eigentlich den Arbeitstag ausklingen. Bei uns haben alle Kühe einen Namen. Der Anfangsbuchstabe geht dann weiter an die nächste Generation. Also wir haben noch Hühner, wir haben noch Schöfe. Dann haben wir noch diverse Kleintiere. Dass wir einen Hofladen betreiben, hat den Grund, dass wir die Wertschöpfung der Produkte erhöhen können und auch den Kontakt zu der Bevölkerung. Also die Frau backt am Freitag und Samstag frisches Brot und Zopf. Mir gefällt allgemein in der Landwirtschaft, einfach mit der Natur zusammenzuarbeiten. Da ist nicht alles planbar. Die Natur sagt etwas, was man machen muss. Das ist spannend. Das ist spannend. Das ist spannend. Das ist spannend. Das ist spannend.